Diese Zuwendung zur alternativen Medizin, die er da von seiner Großmutter oder der Großmutter der Kinder seiner Mutter beschrieben hat, das ist dir doch bestimmt auch mal im medizinischen Kontext begegnet bei deiner Arbeit als Arzt. Ist das per se was Schlechtes, Gefährliches oder wie bewertest du das? Tendenziell würde ich sogar sagen, dass es nicht in der Arbeit als Arzt bei mir, sondern eher im Bereich Social Media passiert ist. Also eher im Bereich Aktivismus, vor allem jetzt auch im Zusammenhang mit Veganismus. Sobald es in so eine Richtung geht, in der Menschen das Gefühl haben, dass sie von einem System betrogen worden sind oder dass sie nicht die ganze Wahrheit erfahren haben. Und ich gehe immer gerne zurück zu mir selbst und erzähle mal, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Relativ kurz nach dem Medizinstudium hatte ich eine Freundin, mit der ich immer zum Sport gegangen bin, die war damals schon vegan und hat mit mir immer wieder über das Thema gesprochen. Ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und ich erinnere mich genau an diese Momente, wo ich dann diese Bilder gesehen habe von den Tieren, wie sie geschlachtet werden, wie grausam das für mich war. Und dann die Informationen, die immer mehr dazu kamen, wie wir unsere Umwelt damit schaden, wie Fleischkonsum quasi multiresistente Keime fördert, wie Antibiotikakonsum, wie es Pandemien fördert, wie Regenwald gerodet wird, Wasserverbrauch, wie wir unsere Gesundheit schaden. Und das wurde immer mehr und da habe ich gedacht, sag mal, das kann doch nicht sein, dass da niemand darüber redet. Wir zerstören alles, die gesamte Grundlage, weil wir Fleisch essen und wir quälen Tiere. Wieso redet denn da keiner drüber? Die Politik, die Farben, was ist denn da los? Und ich habe dann schon gemerkt, dass es in einem was loslöst, dass man sich so alleine gelassen oder verarscht wird. Extrem verunsichert. Verunsichert, ohne Ende. Also ich habe wirklich so gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und ich glaube, der Schritt zu, warum sollte irgendjemand noch mein Interesse vertreten, wenn uns so viel verschwiegen wird, glaube ich, ist der Schritt gar nicht so groß, dass man da dann da reinrutscht und sagt, naja, diese ganzen Sachen sind doch ganz offensichtlich. Warum soll uns irgendjemand was Gutes wollen mit einer Impfung? Und heißt das, die Freundin, von der du gerade gesprochen hast, der ist das auch passiert, dass sie da so reingerutzt ist? Ja. Und ich habe das am Anfang gar nicht so richtig wahrgenommen. Also für mich war das auch erstmal, obwohl ich ja selber Medizin studiert habe, hat sie auch sehr, sehr kritisch über die Impfung gesprochen. Und ich habe damals immer so gedacht, naja, und dann hat sie gesagt, hast du jemals wirklich was richtig über Impfung gelernt und Hintergründe? Und ich habe gesagt, naja, also schon, aber jetzt halt nicht so, also ich habe jetzt die Studie mir nicht durchgelesen. Ja gut, aber vielleicht solltest du das mal. Dann hat sie mir eine Webseite geschickt und das war halt so eine, naja, so eine Webseite halt. Aber ich habe da nicht irgendwie gedacht, ich hinterfrage die Sketch halt mir die durchgelesen und dachte so, ja gut, man muss halt immer vielleicht auch beide Seiten sehen. Also ich hatte schon auch so in dem Moment Tendenzen, dass ich so dachte, naja, ich verstehe schon, wie das passieren kann. Ich bin tatsächlich nie da reingerutscht und dann hat sie irgendwann auch angefangen von Chemtrails zu sprechen, wusste damals auch nicht, was das ist. Da hat sie mir auch dann Videos zugeschickt. Es gab zu allem Videos, zu allem Belege, zu allem Belege vermeintliche. Und das Schönste daran waren, das waren immer irgendwelche Professor Doktor, Doktor Doktor und dadurch wirkte es kredibler. Das habe ich auch immer sofort geglaubt. Und das habe ich natürlich jetzt im Aktivismus besonders doll gemerkt. Also da sind ganz, ganz viele Menschen, die mir dann zu der Zeit, als das angefangen hat mit Corona, da bin ich überrannt worden. Und wie bist du dann vorgegangen, um dich selber davon so abzugrenzen? Sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich hatte, es gab Phasen, in denen mich das enorm belastet hat. Gerade in der Akutphase, würde ich sagen, zu Beginn, als wir alle noch nicht wussten, als es noch keine Impfung gab und ich wirklich auch PatientInnen intubiert habe, also wirklich vor Ort war und es massiver Stress für uns alle war. Wir hatten Maskenmangel, das weiß ich noch. Es gab keine Masken, wir mussten unsere Masken teilweise eine Woche tragen, dann nochmal eine OP-Maske drüber, Schutzklamotten auf, wir waren unterbesetzt. Es war wirklich nervig und anstrengend. Und dann nach Hause zu gehen und sich sagen zu lassen, du bist von der Farmindustrie bezahlt, das ist doch alles Verarschung, du bist doch bla bla bla. Aber das ist schon, das macht was mit einem. Also ich war, ich musste mich echt zusammenreißen und ich habe Diskussionen geführt. Ich habe mich teilweise auf Diskussionen eingelassen. Ich habe relativ schnell gemerkt, lass das bei der Person, hat das gar keinen Sinn mehr. Die habe ich dann auch blockiert oder gelöscht oder liegen lassen. Und ich habe aber auch Diskussionen gehabt, die gefruchtet sind tatsächlich. Die gingen zwar sehr lang, also bestimmt mehrere Stunden. Diesen Zeitaufwand kann man halt irgendwann auch nicht mehr aufbringen als Einzelperson. Aber ich habe dann für mich so ein bisschen Weg gefunden, was ich glaube ich eine ganz gute Herangehensweise bei den meisten Menschen ist. Nämlich wir alle haben das Bedürfnis verstanden zu werden und gehört und gesehen zu werden. Und wenn man sich vom System betrogen fühlt, den Menschen erstmal nicht das Gefühl zu geben, du bist dumm und du bist falsch und es stimmt nicht. Ich habe recht, du nicht, sondern erstmal ich sehe das und ich höre das. Aber lasst uns doch nochmal gucken, was hier eigentlich steht und worauf wir das basieren und was die Datenlage sagt. Natürlich kommt dann immer Pingpong hin und her und dann kommt da wieder eine Studie und da kommt da wieder irgendwie ein Link. Aber das war so meine Herangehensweise. Aber es ist schon sehr kräftezehrend für mich auch gewesen. Ja, ich gucke auch, ich fiel die ganze Zeit gerade auf dieses Foto, weil die Vorstellung, da warst du happy. Aber dass du dann an diesem Ort so viel Zeit verbracht hast, lange Schichten geschoben in diesem, wie du gerade gesagt hast, dann in x Sicherheitsmonturen und so weiter, geschwitzt, auch selber erst aktiv gelernt über diese Krankheit. Und draußen ziehen die Leute aber genau über euch her oder leugnen, was ihr da... Also ich habe Drohungen bekommen von Leuten, die mir gesagt haben, sie klagen mich an, weil mir meine Approbation als Arzt entzogen werden sollte. Ich würde ja Menschenleben gefährden, indem ich diese Impfung promote. Von vegan lebenden Menschen wurde mir gedroht, dass sie mir Corona oder den Tod wünschen, weil ich ja Tierversuche fördern würde mit der Impfung. Also es kam wirklich von allen Seiten zu der Zeit. Das war sehr, sehr anstrengend. Aber irgendwie hat sich das dann so ein bisschen, also irgendwann hat sich das einfach ein bisschen gelegt, weil ich dann auch gemerkt habe, ich muss das Thema jetzt ein bisschen für mich auch beiseite legen. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich bin kein Experte, was das Thema angeht. Ich würde mich aber freuen, wenn sich mehr Menschen auf die Expertise von tatsächlichen WissenschaftlerInnen konzentrieren. Aber das klappt auch leider immer nur manchmal. Hast du eine Erklärung dafür? Naja, ich finde es erstmal ganz gut, dass du genau sagst, okay, ich habe mir auch die Zeit genommen und habe auch irgendwie geguckt, wo kann ich die Menschen noch abholen mit dem, was sie mir da eigentlich erzählen. Da sind ja Menschen, die auch Bedürfnisse haben, wo auch sehr viel, vor allem soziale Bedürfnisse oft hinterstecken. Also wenn man sich Verschwörungserzählungen zuwendet, dann hat das wenig oft mit Faktenlagen zu tun, sondern ganz, ganz viel mit diesem Ohnmachtsgefühl, was du am Anfang auch beschrieben hast und was wir, glaube ich, alle kennen. Und ich glaube, warum jetzt gerade im Rahmen dieser Corona-Pandemie und dieser Impfung so viel Skepsis auch nochmal aufgekommen ist, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir innerhalb so kurzer Zeit so massiv in unser Leben eingegriffen worden ist. Also es hat da unmittelbare Folgen für uns und dadurch ist dieses Ohnmachtsgefühl noch viel, viel stärker geworden und dadurch sind auch dieser Versuch irgendwie einen Ausweg aus diesem Ohnmachtsgefühl zu finden, wieder Kontrolle und Erklärung dafür zu finden, was gerade passiert, glaube ich, stärker geworden bei einigen Menschen und deshalb diese Verbreitung von Verschwörungstheorien dann. Also für mich war Kontrollverlust so das Stichwort, also das ist genau das, was Menschen nicht mögen. Das Gefühl, dass uns was weggenommen wird, ob es jetzt das Schnitzel ist. Oder die Freiheit. Oder die Freiheit, ein Wort zu sagen, das N-Wort zu sagen oder irgendwas. Menschen haben immer das Gefühl, sie wollen selber in der Kontrolle sein, Dinge zu dürfen und man nimmt ihnen das weg oder man spricht ihnen das ab. Ja, es ist erstmal was sehr Existenzielles. Wir alle wollen Sicherheit haben und Kontrolle bedeutet Sicherheit. Und das Virus hat uns einfach massiv bedroht irgendwie. Und wenn man sich vorstellt, das ist durch Zufall entstanden, da kann ich nichts gegen machen als normaler Mensch, sage ich mal, dann macht es das so schwer greifbar. Ich habe vor allem, es ist bei uns ja nochmal, also dadurch, dass ich in dieser Vegan-Blase bin, in der auch ganz viel thematisiert wurde, dass der Fleischkonsum ein großer Risikofaktor, oder vor allem die Massentwicklung ein großer Risikofaktor für die Entstehung von Pandemien ist, kam natürlich die Leute zu mir und haben gesagt, naja, da muss doch was hinterstecken. Guck mal, niemand redet darüber. Guck dir doch die Medien an. Warum redet niemand über die Ursache? Und ich habe mal gesagt, du, wenn wir mitten in einem Waldbrand stecken, dann macht es keinen Sinn, nach einem Zigarettenstummel zu suchen, der den Waldbrand ausgelöst hat. Also es macht schon Sinn, längerfristig darüber zu sprechen, bin ich auch der Meinung. Und Kritik an so einem System ist ja durchaus berechtigt, ne? Absolut. Bin ja mal hingestellt, aber wir müssen über bestimmte Dinge sprechen. Das war immer so ein bisschen der Winkel, den die Leute dann bei mir gewählt haben. Auch mir klarzumachen, dass ich das doch eigentlich selber gar nicht glauben kann, weil du weißt doch, wie das ist. Und aus dieser veganen Blase kommt ja auch einer, oder zumindest ist ja damit assoziiert, der berühmtesten Verbreiter von Verschwörungstheorien in Deutschland, dieser ganz berühmte vegane Koch, der hat euch damit ja auch einen Bärendienst erbracht, oder? Boah, furchtbar. Ganz, ganz schlimm, ja. Und natürlich stand immer, veganer Koch machte du das. Veganer Koch. Das ist genau wie diese Schlagzeilen. Vegane Eltern töten ihr Kind, weil sie es vegan ernähren. Dann findest du raus, naja, die haben dir halt Gurke und Sojamilch gegeben und waren einfach schlechte Eltern. Wir haben ja ein Video damals gemacht auf YouTube. Und da hat er auch geschrieben, Daumen runter, Blitzkrieg, unseren Link reingeschickt und sagt, hier zwei Veganer-Schwuchtel von der Pharma-Lobby, macht mal was hier. Und seine Telegram-Move und hat dann seine Armee auf uns gehetzt. Und das zeigt auch nochmal die andere Seite. Wir reden ja hier sehr viel darüber, warum sich Menschen Verschwörungserzählungen zuwenden. Aber es geht halt nicht darum, irgendwie diese Menschen auch dauerhaft in Schutz zu nehmen, sondern von diesen Menschen geht zum Teil auch ein Bedrohungsszenario aus. Die drohen anderen Menschen, die nicht ihrer Meinung folgen, die sich beispielsweise auch wissenschaftlich engagieren, die in der Medizin aktiv sind und so weiter. Und auch das muss man ganz klar benennen. Ein Attila Hildmann, für mich ist da alles verloren. Der ist so weit in die rechte Ecke abgerutscht, da war überhaupt nichts mehr für mich an Diskussionsbasis da. Und das muss man ganz knallhart benennen und auch sich davon hart distanzieren. Das ist für mich Hass und Volksverhetzung. Und da ist es für mich ein ganz klarer Schlussstrich versus anderen Menschen, die ganz krass verunsichert sind, Ängste in sich tragen und Tendenzen haben vielleicht, aber die man noch abholen kann. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich ein methodisches Spiel vorbereitet. Dabei geht es genau darum, um den Perspektivwechsel, darum diese Menschen, die du jetzt gerade zuletzt angesprochen hast, zu verstehen. Es geht um Reframing. Also wenn dir eine Sichtweise präsentiert wird, wo du sofort denkst, das kann doch nur so und so sein, mal zu überlegen, wo kommt denn die Person her, die mir das gerade gesagt hat. Simpelstes Beispiel ist, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich habe jetzt hier ein paar in dieser Kiste für dich, die wirst du gleich ziehen. Da stehen dann einzelne Sätze drauf, Perspektiven, wo du einmal eine andere Perspektive zu einnehmen sollst. Du sollst sie also reframen. Das hier ist ein Beispiel. Meine Mutter schickt mir ständig absurde... Ich bin nicht dann irgendwas an meiner... Was kann man gewinnen? Anerkennung. Ja, und dass wir das Glas wieder voll machen für dich. Wasser hätte ich. Ja gut, das kannst du dir jetzt erstieren. Also das Beispiel hier wäre, meine Mutter schickt mir ständig absurde Links, wie gefährlich die Impfung ist. Das Reframing wäre, oder die neue Perspektive, meine Mutter macht sich Sorgen um mich. Also sie nervt nicht nur, sondern sie macht sich auch Sorgen. Und das wollen wir jetzt mit dir üben. Zieh doch mal die erste. Alles klar. Seitdem mein Freund in diesem Telegram-Chat unterwegs ist, sendet er mir den ganzen Tag über Nachrichten. Okay, also offensichtlich ist sie genervt und macht's... Also ich gehe davon aus, dass... Ich würde das jetzt sagen, seitdem mein Freund auf Telegram... Ich mache mir Sorgen... Also ich interpretiere Sorgen daraus einfach. Ist das die Frage? Also ich höre Sorgen raus, dass er in etwas abrutscht, was sie dann nicht mehr kontrollieren kann oder was? Genau, das eröffnet zum Beispiel eine neue Perspektive. Also in dem Fall wäre es vielleicht zu sagen, irgendwie mein Freund kontaktiert mich ständig, weil er sich Sorgen um mich oder um sich macht. Das Gute an so einem Reframing ist, dass es eine neue Perspektive eröffnet. Wenn wir vorher zum Beispiel total genervt sind, weil uns Verschwörungsgläubige ständig missionarisch irgendwie... Zu spammen. ...kriegen wir auf einmal mit, okay, da gibt's Sorgen. Und das macht ganz viel mit einem Menschen, wenn man so eine neue Perspektive entwickelt, weil man automatisch auch anders ins Gespräch geht. Ja. Finde ich gar nicht so leicht. Nee, finde ich auch nicht. Ich dachte, das würde mir leichter fallen. Seit meine Mutter in Rente ist, redet sie unaufhörlich über ihre Verschwörungserzählungen. Hm. Klingt auch nach einer Person, die eigentlich genervt ist, aber was könnte dahinter stecken? Genau, also die Mutter bedeutet ihr viel und sie macht sich Sorgen, dass... Also die Mutter macht sich wahrscheinlich Sorgen und die Tochter macht sich auch Sorgen. Das ist ja immer so. Also die Mutter macht sich Sorgen, weil sie das Gefühl hat, sie hat da was entdeckt und die Tochter hat das noch nicht verstanden und sie muss ihrer Tochter, die ihr viel bedeutet, was zeigen. Und die Tochter dachte, na, aber du bedeutest mir auch viel und ich möchte, dass wir uns erhalten bleiben. Und das, was du da machst, ist Quatsch. So, du darfst das gerne reframen, aber das ist das, was ich daraus lese. Ja, das klingt erstmal, dass du ein sehr empathischer Mensch bist. Das ist ja immer total wichtig und auch total gut in der Auseinandersetzung mit Verschwörungsgläubigen. Gleichzeitig könnte man natürlich hier auch sagen, meine Mutter hat jetzt ein neues Hobby gefunden. Hat auf einmal mehr Zeit in der Regel. Genau, hat mehr Zeit in dem Hobby. Weil wenn ich das ein bisschen mehr im Fokus nehme, dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich meine Mutter eigentlich unterstützen, sich vielleicht auch wirklich nochmal ein anderes Hobby zu suchen. Außer Verschwörungstheorien jetzt. Denn auch das hat die Forschung erwiesen. Langeweile ist durchaus ein Zuwendungsmotiv zu Verschwörungstheorien. Macht Sinn. Ja, finde ich besser, was du gesagt hast. Das nehme ich. Aber dann verzichte ich auch auf mein Wasser jetzt. Du kriegst nochmal Wasser, würde ich sagen. Einer ist noch drin. Ach, noch einer? Ja, komm, lass den nochmal probieren. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich mit meiner Schwester reden kann. Okay, da grenzt sich. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis von meiner Schwester. Wir konnten immer uns super gut austauschen. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass wir eine Barriere zwischen uns haben. Langsam wird's. Wir kommen rein. Man kommt rein. Das ist eine Übungssache. Aber es ist ganz wichtig, neue Perspektiven zu eröffnen. Und du hast ja dein Wasser verdient. Ich hätte jetzt gedacht, dass mir das leichter fällt, muss ich ehrlich sagen. Als du das erste Beispiel hast, dachte ich, ja, das kann ich. Weil ich habe ja wirklich auch viel, ich habe mich super viel mit Menschen ausgetauscht, die in diesen Verschwörungserziehungen drin waren. Und sowieso ein Großteil meiner Arbeit aus Kommunikation besteht. Weil, ganz ehrlich, unangenehme Themen zu kommunizieren, das ist schwierig. Es ist ein bisschen anstrengend, aber wenn man dann in dieses Training reinkommt, dann hilft es einem, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Situationen. Ja. 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 Ja.